eine wunderschöne da bin ich auch schon wieder euer ohlin und ich begrüße euch zu einem neuen angezockt wir wollen heute fallgeist anzocken das gibt es für playstation plus momentan gratis soll wohl ziemlich lustig sein ich bin mal sehr spannend der volver von der volver kann gute sachen kommen also lustig manche sind halt es ist halt der volver ist halt für in die spiele aber ihr müsst euch die e3 der volver pressekonferenzen ankommen die sind einfach immer geil die nehmen sich selber auch nicht ernst war zu ernst springen mit kriegen und 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 weil ich nicht das hier gekriegt oder das war ich hoffe wir kriegen ja auch noch neue farben ich hätte gern schwarz weiß oder schwarz rot oder so aber nicht ich bin jetzt nicht so der freund von diesen quietsch bunten farben das war ich habe ich noch nicht von mir im drucken ich noch ein monster okay mit toten köpfen und an kann doch das welche haben guck mal noch im dlc store also im psn was wir haben hier ist nur geld drin 27.000 ok den flammen 5000 ich brauche auf jeden fall aber ist denn die sieben jetzt hier für jeden grad ist und da ist es wie bei fort wo man einen battle pass braucht das werden wir hier sehen wenn wir level 2 sind denke ich mal ob ich die 500 dazu kriege wir spielen jetzt einfach mal das bild drauf los und gucken uns das an ich weiß auch gar nicht ob das cosplay ist also das ich mit pc spielern oder xbox spielern zusammen spielen kann ich bin nicht letzter das ist gut ich habe mir die qualifizierung habe ich noch nicht verstanden ich habe hier ich habe hier Das war's für heute. Das war's für heute. Ja! 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 Mein Team hat hier gewonnen. Das werden jetzt immer weniger. Als nächstes folgt. Oh mein Gott, ich habe das Problem. Okay. Die Symbole werden angezeigt. Okay. Das fliegt gut raus. Die Symbole werden angezeigt. Die Symbole werden angezeigt. Die Symbole werden angezeigt. Die Symbole werden angezeigt. Die Symbole werden angekannt, die Symbole werden angezeigt. Die Symbole werden angezeigt. Oh, jetzt hab Geld mehr. Das ist halt immer gut, wenn die dann aufgeteilt sind. Immer von dem, wo am meisten sind, rauszuklauen. Ich hab das jetzt oft zu viel. Oh, nein. 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 Das hat doch alles. Oh, nein. Oh, nein. Das war's für heute. also wie viele spiele wird denn da noch kommen gesagt wir sind jetzt bei 16 spieler die noch da sind okay das ist da wir da oben ist okay wenn die krone brauchen man muss halt auch glück haben der dunkle setzt sich voran jetzt mir fehlt immer noch ein bisschen aber doch ich habe kronen gekriegt ich hatte vorher nur tausend wird mir nicht mehr viel ich würde dunkel haben ja 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 Dann machen wir noch mal noch. Also für Free2Play sind ja nicht, aber für Playstation Plus ist es gratis. Kann man schon mal mitmachen. Das ist jetzt kein Spiel, was ich jetzt jeden Tag spielen würde und suchen würde. Aber mit Freunden, jetzt zum Beispiel Rudi und Soulflyer, MusiCat und den anderen, wer zuerst aussteigt oder so. Wer zuerst rausliegt, sagen wir mal. Oh. 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 Also ich bin auf jeden Fall schon mal bei der nächsten Runde mit Boy. Was ich auch geil finde, ist halt das mit diesem Zusammenarbeiten, dass man halt teambasierend ist. Ah, ich bin jetzt gelb, okay. Ich bin jetzt gelb, okay. Ich bin jetzt gelb. Wir kommen nicht mehr als erstes Ziel. Ja, die halten den blauen gut auf. 100%. Ah, blaues raus wird. Die kleine Bilder aus den Kinderhärten holen. Ich bin jetzt gelb. 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 Oh Gott, jetzt raus. Komm, bitte, 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 bitte. Ja. So fliege ich raus. Oh, da habe ich wieder, oder warte, muss man das Spiel abziehen oder so? Wieso mal gucken, ey? Da sieht irgendwo wieder was falsch aus. Ah, ich kriege das sogar. Gleich mal umsetzen. So fühle ich mich schon wohler. So. 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 nichts machen, damit ihr so nah wie möglich an dem quietschbunten Vergnügen seid, wie ich Patrick vor mir sehe. Ich hoffe, hier kann man irgendwie mal die Farbe noch ändern, der rosa ist jetzt noch nicht mein Ding. Okay, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal haut da rein. Ahoi. Sagt euer Olin.